Das ist unglaublich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei uns in der Arena spielen, dann gehst du rein, dann siehst du die Choreos. Das ist Wahnsinn. Schwer zu beschreiben, aber es ist einfach cool. Vom Gefühl her, irgendwie hatte ich es geahnt, dass wenn ich jetzt reinkomme, dass ich ein Tor schieße. Manchmal ist es als Fußballer, da spürst du, heute ist dein Tag. Und dann wusste ich, okay, wenn ich den Ball habe, dann versuche ich es direkt. Und ja, der Moment dann so zu schießen ist Wahnsinn. Das Bergerpersonal kann nichts mehr gemacht werden, da ist direkt Mickes. Mit Tempo zum Tor, guter Abschluss, der Choker sticht. Fejic zu langsam in der Ecke. 81. Minute, wie lange war der jetzt auf dem Feld? Eine Minute? Es gab dann einen Tag, wo du in der Oberliga warst und dann Drittliga-Fußball, Zweitliga-Fußball geguckt hast und dachtest, da könnte ich auch spielen, wenn du deinen Kollegen da siehst. Aber ja, ich habe hart gearbeitet und habe mich gefreut über die Chance, die mir hier gegeben wurde. Und wollte es dann unbedingt zurückzahlen und denke, ich habe es jetzt das halbe Jahr ganz gut gemacht. Ich glaube, es ist keine Überraschung, dass wir die Option ziehen. Denn Liou hat sich das absolut verdient. Denn man sieht seine Qualitäten, die er ja auch schon davor hatte. Und jetzt über Umwege eben beim MSV Duisburg gelandet ist, denn es war einer der größten Talente in Deutschland. Es ist immer wieder schön, wenn man dann bestätigt wird, auch als Verein, dass man eben in einem Jungen was sieht, was er ist im Stande zu leisten. Und ich glaube, es steckt noch viel mehr in ihm drin und ich freue mich auch auf die Zukunft mit ihm zusammen. Der MSV Duisburg legt das im Probetraining ein. Ich dachte erst mal, das ist ein Scherz. Weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren nicht so viele Vereine interessiert, um ehrlich zu sein. Aber ja, da war ich natürlich froh und nervös, als ich das erste Mal hier reinkam. Sehe ich den Thorsten Lieberknecht, siehst du normalerweise im Fernsehen. Ivo, siehst du im Fernsehen, kennst du noch von früher. Dann auf einmal bist du hier mit den Spielern wie Stoppelkamp und so. Dann, ja, war ich dafür erst mal nervös. Aber ich dachte, es ist Fußball, das mache ich mein ganzes Leben lang. Und ja, ich zeig immer das, was ich drauf habe und hoffe, dass es reicht. Jero ist 24. Er hatte noch Potenzial nach oben, das weiß er selber auch. Er hat auch Ziele und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir beide unsere Ziele erreichen. Und wenn er seinen Teil dazu beiträgt, wie bis jetzt auch. Und da gibt es sicherlich ein paar Sachen, die er eben auch verbessern kann. Aber wie gesagt, er ist auf einem sehr guten Weg. Und da bin ich einfach stolz, dass er, sag ich mal, diesen Weg angenommen hat. Denn ich glaube, es ist keine Normalität, dass man eben aus der 5. Liga dann eben zum MSV Duisburg kommt. Dass er dann eine Chance bekommt, dass er sie dann auch so nutzt, wie er sie eben genutzt hat. Und das ist eben, was man sich dann auch wünscht, als Verein wie auch als Spieler. Ja, jetzt steht halt ein schweres Ausrittsspiel an gegen Groß Asbach. Und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Und dann haben sich die Jungs erstmal den Urlaub verdient. Denn aus meiner Sicht haben sie eine super Hinrunde gespielt. Und unser Ziel ist es a, dass sich die Jungs weiterentwickeln und b, dass wir erfolgreich sind. Und da glaube ich einfach, da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn wir eben so weitermachen, können wir eben unseren Traum verwirklichen. Ob Leeroy oder wir als Verein. Und da gilt es eben tagtäglich hart daran zu arbeiten. Wo ist denn noch ein vieles Machen? Genau! Ichomme von Leeroy und damit. Und das ist eben nicht so weitermachen. Wir lügen so weitermachen. Und da sind wieder so weitermachen. Wir lügen so weitermachen, wie ich. Und da tänker auch, wie ich. Vielen Dank.